Klammer, Sie haben es nötig, Sie lause Junge. Klammer zu, nehmen Sie mit Ihrer Frau zu, nehmen Sie mit Ihrer Frau gut, wenn ja, wie oft, haben Sie Kinder, wenn nein, wie machen Sie denn das? Meine Wohnungsverhältnisse wollte ich auch genau wissen, wie wohnen Sie, wohnen Sie gern, wohnen Sie überhaupt, wenn Sie nicht wohnen und wenn Sie wohnen würden, wo würden Sie wohnen und wie lange würden Sie wohnen? Wie wird Ihre Miete bezahlt? Ganzjährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, höchstlich, täglich oder gar nicht? Wenn gar nicht, ist genau anzugehen, ob voraus, wenn ich aber an die Kosten denke. Was kann denn das schon kosten? Die paar Musikinstrumente? Musikinstrumente, ich meine doch die Steuern. Ach Steuern, das ist auch nicht so arg. Auf meinem Finanzamt zum Beispiel sind Sie immer sehr nett zu mir. Musikinstrumente, ich meine doch die Steuern. Musikinstrumente, ich meine doch die Kosten denke. Hey, was kann denn das schon kosten? Die paar Musikinstrumente. Musikinstrumente? Ich meine doch die Steuern. Ach, Steuern. Das ist auch nicht zu arm. Auf meinem Finanzamt zum Beispiel sind sie immer sehr zu mir. Musikinstrumente? 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 Ja, wenn ich ab Antikosten denke. Was kann denn das schon kosten? Die paar Musikinstrumente. Musikinstrumente? Ich meine doch die Steuern. Ach, Steuern. Das ist auch nicht zu arm. Auf meinem Finanzamt zum Beispiel sind sie immer sehr zu mir. Musikinstrumente? Bis zum nächsten Mal.